La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. ...Puzzle ausgedacht haben, sind niemals klüger als wir. Richtig, außer wir können es nicht lösen. Natürlich werden wir es lösen. Jeder Dummkopf kann das. Jeder Dummkopf, der Rätsel lösen kann, meinst du? Richtig. So, Freunde, ein gediegenes Recht. Herzlich willkommen zurück. Und zwar zum Let's Play Disney Infinity. Wir sind immer noch hier in der Welt von Fluch der Karibik. Und irgendwie glaube ich, dass ich das schon mal gemacht habe. Aber, ja, ist ja nicht schlimm. Das war wohl halt dieser Speicherpunkt gerade gewesen. Und jetzt müssten wir eigentlich nur der Zahnart hier nochmal dran machen. Ja, und ich sammle mal hier eben schnell die Kisten ein. Wir sind einfach in der Überzahl, Käpt'n. Oder auch nicht. Doch jetzt. Zack. So. Mache ich mal den Controller ein bisschen zu mir. Dann hört ihr nämlich nicht dieses Knöpfchen gedrückt. Wo kommt er denn auf einmal? Ja, oh Gott, oh Gott. Ich brauche die... Oh, da kommt ja noch einer. Jetzt hör mal. Also, hallo, hallo, hallo. Sag mal. Ja, drei Stück. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, was ist mit euch? Ey. Oder Krim. Ja. Zack. Kann auch blockern. Jawohl. Ja, zack, zack. Schönes Ding. Hier, du Autokrote. Du raus hier. Komm, steh auf. Jawohl. Bam. Komm, 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 komm. Komm hoch, da. Sparewall. Weiter, 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 weiter. Oh. Jetzt reicht's mir mit dir. Der ist ganz schön hartnäckig hier, dieses komische Vieh. Boah, was ist denn mit ihm? Boah, was ist denn mal hier mit der Bombe? Wie, wo ist er? Was er wegrennt? Ja, ich sag nur Bombe und weg ist er. Ha. Du elendiger Feigling. Ich haus, als lege hier etwas sehr Wichtiges verborgen. Und wieder einmal steht uns so ein schwieriges Puzzle im Weg. Ich liebe die Sorte. Ja, okay. Alles jetzt. Ah, ne, komm, zeig mal lieber doch, wenn... Ich dachte, wir haben das schon gemacht. Ähm. Hier. Kompass. So. Ach so, hier durch, ne. Und dann... Hier ist es doch schon. Zack. Und hier auch schöne Kapseln mitnehmen. Admirals doch da. Ich frage mich, was uns am Ende dieses Puzzles erwartet. Ja. Die Antwort auf die zentralen Fragen des Lebens. Sehr gut. Ach ja. Mein Gott. Ja. 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 Na, Freunde, ihr kennt mich, ja. Ich nehme auch an meinem Geburtstag rauf. Auch wenn das Video erstmal ein bisschen später kommt, wo mein Geburtstag schon vorbei ist. Trotzdem bedanke ich mich natürlich. Dankeschön. Zack. Ego KMC ist der Marvin. Er hat sich auch Ego genannt. So haben wir zusammen damals immer 2 gegen 2 gespielt. Auch sehr gut, muss ich sagen. Aber das ist ein anderes Thema, Freunde. Das ist ein anderes Thema. Jetzt muss ich erstmal gucken, was jetzt hier passiert, weil hier dreht sich alles. Ah, okay. Jetzt muss ich hier drüber. Zack. Und dann wieder da rüber. Zack. Und dann hier drauf. So, zack. Und zack. So. Mittelrum von der Black Pearl. Jawohl. Jetzt müssen wir da rüber und dann da hinten. Ach, da ist ja dann der Krakenfluch. Jawohl. Sehr schön. Es gibt nichts Schöneres für einen Mann als eine salzhaltige Mädel. Nein. Oh, Mann, ey. Jetzt haben wir nicht, der sprickt da doch die hoch. Oh. Oh, Mann, ey. So weit kann doch nur mehr passieren, Freunde. Zack. Ich sage dir, du könntest verletzt werden. So. Ich muss auch gucken. Ich lasse mich hier von viel zu viel anderen Sachen ablenken. Das geht doch mal gar nicht hier. Das ist mein Bruder. So, aber ich gehe jetzt erst zum Krakenfluch. Dann bedanke ich mich. So, jetzt sind wir da so. So. Das ist mein Bruder. So, zack, so, jetzt konzentrieren wir uns hier mal weiter aufs Spiel. Na, Freund, das muss ja gemacht werden, danke sagen, wenigstens. Auch wenn die Aufnahme läuft, auch wenn die Leute das wissen, aber da würde ich das sogar auch machen, während der Aufnahme meinen Freunden oder halt Brüdern, äh, Bruder, Familienangehörige gratulieren. So, nun, da das Tor geöffnet ist, könnt ihr entweder durch die Insel erkunden oder zu eurem Schiff zurückkehren. Da ist doch was zum Aufgabemachen und, ähm, ich würde sagen, wir machen die doch mal. Bereit zum Spielen? Genial! Jo, wir machen die mal, weil wir nämlich ja hinterher... Oh Gott, ich glaube, wir machen die doch nicht. Wir machen auf jeden Fall hier nur die erste und, ähm, hinterher müssen wir ja sowieso nochmal rein, wenn wir hier durch sind, alles suchen, weil wir haben ja schon von Anfang an nicht alles gefunden gehabt, kann man ja auch gar nicht, weil sonst wäre ich noch nicht ansatzweise so weit, wie ich jetzt bin. Und man will ja auch was erleben, Freunde, man, äh, kann ja nicht nur die ganze Zeit hier die Herausforderung machen, und das ist ja auch... Irgendwann wird's ja auch mal langweilig, sag ich mal. Und deswegen ist das schon ganz okay so, wie wir das hier machen. Hinterher zum Schluss holen wir uns dann alles noch, was wir benötigen. So, ich warte ja auch eigentlich nur auf die Komplettlösung, bin ich ganz offen und ehrlich, dass die irgendwann mal rauskommt. Die gibt's ja schon mittlerweile auf Englisch, aber auf Deutsch hab ich sie noch nicht gesehen. Und, ähm, ich bin auch ganz ehrlich, Zeug, Freunde, ich würd's ja dann auch lieber auf, ähm, Deutsch haben, weil was nützt mir die auf Englisch. Ja, wie er noch länger, da kann ich auch besser suchen. Ja, so ist das einfach. So. Also jetzt... Nicht hier durch. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Ich will jetzt hier durch das Tor. Und zack. Da mal die Bombe hin. Und jetzt? Ach so. Ah. Springe um einen Saarrutscher. Ach so, okay. Juhu. Bug. Verfluchtes Schiff. So, da hinten natürlich auch mein. Da ist sogar noch ne Schatzkiste. Zack. Segel. Black Pearl. Also uns... Ein Teil fehlt uns hier aber noch. Für das neue Schiff. Da hinten seh ich auch noch ne rote Kapsel. Wahrscheinlich muss ich da hinten sogar noch mal hin. Ja, sollte aber kein Problem sein, Freunde, würde ich sagen. So. Zack, zack. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier runterspringe? So sammeln wir mal alles ein hier. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier runterspringe? Find ich dann jetzt hier irgendwo noch ne Kapsel oder sowas? Weil viel seh ich nicht, muss ich sagen. Ich könnt ja mal rudern. Mal gucken, wo ich hinrudern muss. Ach ja, wir sind ja hier so schnell beim Rudern, ne? Ich kauf mir auch gleich als erstes mal hier dieses Boost Pack für das Schiff, damit wir auch mal vorwärts kommen. Ah, das hat ja keinen Sinn, wenn wir da die Hälfte des Let's Plays da mit dem Schiff fahren. Ach ja, was ist denn mit der Kröte da oben, ey? Ich hab Geburtstag. Hör auf. Ne, da nicht. Ähm. Da ist wieder ne Kröte. Wo ist die denn da? Jau, bam. Hässlige Schildkröte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt hin muss. Ich glaub, ich muss auf mein großes Schiff, aber... Ich will jetzt erst einmal hier gucken. Da war ich ja schon gewesen. Ha. Scheint so, als ob ich schon hier überall war. Ja, hier erinnere ich mich dran. Da vorne ist ja Barbossa, ne? Ich glaub schon. Hallo, hier vorne hin, hier, zack. Genau, da war Barbossa. Ja, richtig, 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 richtig. Ja, ähm... Ja, dann geh ich mal zurück aufs Schiff, aufs Große. Und dann würde ich sagen... Nicht Spielzeug, nicht Spielzeug. Ähm... Missionslogbuch. Ach, das sind alles die, die was vor meinem Schiff wollen. Da, die soll mich in Ruhe lassen jetzt. Hm. Ich glaube... Problem. Muss ich jetzt echt den ganzen Weg wieder zurück? Ey, das gibt's doch nicht. Ja, hier ist nix. Gut. Einmal hier nochmal gucken, schnell. Nix. So. Dann... Abends sind wir hier wieder beim Schiff, genau. Und jetzt geh ich dann aufs große Schiff. Da vorne ist auch nämlich schon... Blau markiert. Bestimmt will die eine da mit mir reden. Für die, die ich die Krakenflug da holen sollte. Ich glaube, jetzt haben wir ja vier Stück. Alle vier. Ich glaube, jetzt müsste ja gleich irgendwas Gediegenes dann auch passieren. Wenn ich mir auch den Spielzeugladen angucke, Freunde... So viel ist ja gar nicht mehr zum Freischalten. Guck mal, hier noch eine Kanone. Hier ein Krakenhammer. Und noch was. Also sind ja nur drei Teile zum Freischalten. Wer weiß, wie lange dieses Kapitel hier noch geht. So. Drehen, 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 drehen. Können wir hier andocken? Bitte, 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 bitte. Ja, dann nicht. Jetzt muss ich da hinten extra... Na ja, machst du nix, ne? Machst du nix? Ja, super. Schwupps. Einmal einsammeln hier. Zack, zack. Kampfherausforderung. Ja, die können wir ja nochmal versuchen, würde ich sagen. So eine Kampf... Was müssen wir denn machen? Drei Stück, drei was? Ach so. Eins. Zwei. Sehr gut, noch eine. Na, die waren ja einfach. Es wird sein, da können wir die anderen ja auch direkt machen, oder? Ja, die machen wir doch schnell mit hier, Freunde. Zack, Mitte. Wurde ich bestimmt fünf kaputt machen? Sechs. Ja, gut. Guck mal, da liegen noch wenigstens meine Funken. Das ist gut, das finde ich gut. Dass die wenigstens noch da geblieben sind, weil das wäre... doof. Guck mal, wir haben einfach weggepumpt da den Kunden, jawohl. Hier, komm her, was willst du überhaupt hier? Zack, zack, ganz geliehen. Hier, kriegst die Bombe. Hier, du liest, was, du liest? Zack, und weg mit dir hier. Äh, boah. Tja. So ist das, Freunde. Legt euch nicht mit mir an. Boah. Ja, auf schwer machen wir das auch, ist doch ganz klar, ne? Zehn Stück, ja. Müsste geschaffbar sein, drei Minuten. Hier ist das Zeitlimit. Da holen wir schnell die Bomben raus. Außer da kommen jetzt diese komischen Hammer hier da. Nee, äh, zack, komm her, du kannst doch nix. Oh, wie hat er das? Oh Gott, die kann. Hier, werf die Kanone auf ihn. Ach, die Bombe. Block doch auch mal, block doch auch mal. Fester, 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 schneller, schneller, schneller. Nur noch Bomben werfen jetzt hier. Jetzt wird gebombt. Spüren wir mal ein bisschen Bomberman. Bomberman der Karibik. Oh, hier, die letzten beiden. Oh, Schildkröten. Ja, da drauf stehe ich. Auf Schildkröten, bitte. Zack. Alles einsammeln. Boah, das sieht so richtig... Boah, ja, boah, Level aufgestiegen. Zack. Das sieht richtig cool aus, Freunde, wenn da so alles kommt. Ich glaube, das liegt aber auch viel an den Münzen. Deswegen, ja, Freunde. Also, ich bewege mich jetzt so ganz gediegen zum Schiff, ne? Und ihr schaltet morgen ganz gediegen wieder ein. Also, bis dahin, Freunde. Danke und tschüss. Bis zum Schiff. Tschüss. Vielen Dank.